In dieser Lerneinheit geht es um die Formatierung, das heisst also um das Aussehen des Textes, die Schriftart, die Farbe bis hin zu den Abständen zwischen den Absätzen. Wenn du die Materialien zur Lerneinheit entpackst, bekommst du wiederum einen Ordner mit verschiedenen Übungen drin. Zu jeder Übung hat es eine entsprechende PDF-Datei, in der du siehst, wie es dann letztlich aussehen soll. Natürlich hast du schon oft Texte formatiert, das wird nichts Neues sein. Hier geht es aber vor allem darum, ganz gezielte Vorgaben einzuhalten und vertraut zu werden mit den verschiedenen Begriffen zur Formatierung. Bevor wir jetzt aber den eigentlichen Text bearbeiten, möchte ich dir zeigen, wie du die Dokumenteneinstellungen vornimmst, also quasi die Einstellungen, die das ganze Blatt betreffen. Meist werden nämlich die Seiten überfüllt mit Text und das ist für die Leserlichkeit nicht wirklich dienlich. Unter Format, Dokument bekommst du also die Einstellungen, die die ganze Seite betreffen. Achte hier, dass hier steht, gesamtes Dokument. Je nachdem, wenn etwas ausgewählt ist, betrifft das nämlich dann nur die entsprechende Auswahl. Für den oberen Abstand belassen wir es bei 2 cm, unten ebenfalls, dafür machen wir links einen viel grösseren Abstand, 3,5, weil wir nämlich auf der linken Seite noch Platz lassen müssen für die Löcher. Rechts gehen wir auf 2,5. Hier hättest du noch die Möglichkeit, die Abstände für die Kopfzeile im oberen Bereich des Blattes bzw. die Fusszeile einzustellen. Und falls du jetzt eine sehr lange Arbeit schreiben möchtest, die eben doppelseitig gedruckt wird, so wählst du gegenüberliegende Seiten und du siehst, statt links und rechts steht dann innen und außen. So kannst du also dein Dokument einrichten, wie eben ein Buch oder ein Heft. In diesem Fall brauchen wir das aber nicht, weil wir nur eine einzelne Seite einrichten. Wir bestätigen mit OK und diese Einstellungen werden sogleich übernommen.